einen wunderschönen guten abend meine lieben mein name ist die aus dem crypto café ich bin eurer crypto trainer und meine spezialität ist es für euch informatives entertainment zu bringen definitiv keine finanzberatung ja wir haben eine leichte erholung ja im gesamten markt ihr seht ja hier das meiste ist grün und nicht wenige darunter sind im hohen zweistelligen bereich typischerweise luna sowieso schon seit ein paar tagen ziemlich verrückter nach oben schießen ja seitdem diese eine milliarde bitcoin kauf investition von den großen wie sie zwar und aber auch anderen solana 15 prozent er wächst elf prozent selbst bitcoin zehn prozent ist es weil weil jetzt die die verhandlungen stattfinden das weiß niemand ja genauso wie der crash ne der flash crash wenn man es so nennen mag ja weil putin plötzlich das wort nukleär in den mund genommen hat ich meine momentan ist alles ziemlich verrückt ja aber man sollte im hinterkopf behalten also neben natürlich dieses dieser krieg hat er da auf unserem kontinent momentan vor sich hin wütet ja wer weiß wie lange er dauert was dann alles kommt ja ist natürlich auch demnächst wieder also das heißt nächsten diesen mittwoch und freitag gibt es arbeitslosenzahlen ja in den usa auch wenn es schon sehr weit in hintergrund gedrängt worden ist ist ein bewegungsfaktor für den markt und nächste woche gibt es wieder inflationszahlen ja und daraufhin auch entsprechende das fed meeting und auch die die dann öffentliche ankündigung ja wie die weiterfahren die tendenz geht tatsächlich jetzt aufgrund von diesem krieg und diese ökonomische unsicherheit dahin dass die fed nicht so wie geplant hart durchgreifen wird ja nämlich dass voraussichtlich neuen zinserhöhungen zu jeweils 0,25 prozent also in ein viertel schritte etwa kommen wird ja und das ist zumindest gut für den markt besonders für die leute wenn es tatsächlich so kommt aber wie gesagt die zahlen müssen stimmen ja sowohl die arbeitslosen zahlen aber ganz wichtig auch die gehälte jetzt gehalt zahlen ja darauf gucken wie ganz besonders ja das ist der markt der ist unberechenbar und das ist auch der grund warum ich nicht trading betreibe und auch jeden davon abraten kann ja kommen wir zu den news wir haben us treasury ja haben im zuge von diesen sanktionen was die ausgeübt haben auch auf ja diese vermögen immobilien was auch immer er von die bestimmten russischen oligarchen und auch putin und nahen leute eine entsprechende sanktion ausgesprochen ja dass die entsprechend nicht mehr darauf diese dann zugreifen können die im usa liegen zumindest und haben dann zusätzlich auch angefragt der beinahe ist ftx und coinbase die entsprechenden sanktionierten personen und den adressen zu werden ja zumindest beinahe ftx haben hier gesagt also haben zumindest gesagt dass die nicht breit und ohne weiteres alles bänden werden und da haben wir auch noch eine andere nachricht geht auch in die richtung und das ist auch schon das wo ich über diese nachricht darüber sprechen wollte es geht ja für mich an der stelle noch nicht mal um das was sie ausgesprochen haben sondern dass die an der stelle zwar bitten crypto exchanges diese menschen auszuschließen und das ist der dieser punkt wo ich immer sage geht weg von den exchanges ja mit eurem geld oder sonst was denn denn wenn die das jetzt tatsächlich umsetzen oder durchsetzen oder was auch immer ja das ist ja das problem wenn es einmal passiert ist ja kann es in zukunft immer wieder so durchgeführt werden ja und der staat wenn der merkt hat da ist ein werkzeug womit die womit er bestimmte menschen ausschließen kann oder sanktionieren kann und so weiter dann wird das werkzeug auch immer öfters in die hand nehmen ja weil es einfach einfacher ist ja und das ist das ist kein kein weg den man da ich mal leichtfertig angehen sollte meiner meinung nach crypto 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 hat ja den sinn dass alle gleichberechtigt sind in den crypto space und klar die fragen jetzt nur die exchanges nach ja aber ich meine da ist es nicht weit dass die usdt oder usdc oder sonst was ihr wisst ja usdt das größte meist benutzte stablecoin ja dass sie dort das anfragen bestimmte accounts oder adressen auszuschließen und ich finde das ist das ist eine gefährliche entwicklung ja auch wenn es jetzt nicht mal im namen des guten ja oder zu einem guten zweck angewendet wird ja da sollte man definitiv drauf aufpassen sag ich mal so ja genauso wie hier ukraine fragt beinahe ins coinbase und sechs andere crypto währungen russischen benutzer ja die sind sogar noch schritt weiter als die us-region nämlich die gesamte russische bevölkerung von kryptos fernzuhalten ich meine der hintergrund ist natürlich nur durch diese dieser sanktion wirtschaftssanktionen und weil auch der teilausschluss aus dem swift ja werden viele benutzer oder russischen bürger oder auch investoren und auch die super reichen anfangen andere wege ja zu finden um ihren asset zu sichern ja auch vor hintergrund des extremen der extremen inflation ja da komme ich noch gleich zu und und wie ich eben gesagt haben krypto hat ja diese maxime bis heute die ursprüngliche idee dass ab davor alle gleich sind ja das unterscheidet nicht zwischen bürger welchen länder welchen herkunft welche vermögensklasse ja das sollte theoretisch für alle gleich sein aber wenn eben exchanges anfangen exchanges kontrollieren halt die zugang zum krypto ja da bestimmte ausnahmen zu machen oder auch gruppen ja auszuschließen dann kann das natürlich ja was soll ich dazu sagen es ist es ist vielleicht notwendig vielleicht ist es gut vielleicht schlecht also ihr müsst für euch eure eigene meinung dazu wählen ja kommen wir zum nächsten punkt wir haben circle immerhin was gutes circle usdc im kontrast zu usdt ja ist immerhin besser gebackt bei usdt sind so 33 oder 35 prozent also etwa ein drittel nennen die diese commercial papers ja praktisch kurzfristig kurzfristige praktisch schuldscheine oder sowas in der art ja von irgendwelchen konzernen ja oder firmen die die theoretisch im falle eines not eine notwendigkeit bei den firmen gegen richtiges bargeld zurücktauschen könnten aber es sind eben keine staatsanleihen oder cash und bei usdc das ist ja das womit die immer immer werben ja und praktisch gegen usdt sich durchsetzen wollen ich glaube dass die sind nicht mehr fern davon die sind bei 50 milliarden mein tether ist bei 70 milliarden oder so und im gegensatz zu tether sind die im letzten quartal um 100 prozent gestiegen ja deren größe und wobei tether nur um 25 prozent gestiegen ist das heißt bei dem tempo müssten die in circa ein jahr denke ich ein bis zwei jahre usdt überholt haben ja und die haben die machen auch regelmäßig ihren report der alle quartalsweise und da drin steht eben alles drin wie viel backing die haben wie viel davon ihnen in staatsanleihen sind wie viel cash ja und die haben auch vor einem mit dem speck an die börse zu gehen ja und wird aktuell auf 9 milliarden wert geschätzt das ist usdc also circle da gab es haben wir auch die nachricht da bin ich mir ziemlich sicher dass die in die zukunft wird meine meinung darauf hinauslaufen dass diese ganzen krypto unternehmen weil jetzt nichts nicht nur circle aber auch coinbase gemini kraken wie die alle heißen ja dass die anfangen werden nicht nur in der nische von krypto so bleiben sondern dass die anfangen werden in die traditionelle finanzindustrie hinein zu gehen ja und dort auch entsprechenden markt zu gewinnen ja die haben den großen vorteil gegenüber traditionellen bank dass die schon in der neuen tag drin ist ja und das ist dass die expansion in die traditionelle ja wesentlich leichter ist als für die traditionellen finanzindustrie in die neue hinein zu gehen und ich kann mir sehr gut vorstellen dass die wahrscheinlich sehr hoch ist dass diese neuen crypto native unternehmen ziemlich großen anteil an dem kuchen der finanzindustrie also übernehmen werden wenn die so weitermachen so da haben wir auch schon die rubel der rubel dass der die der die da ich keine ahnung das ist hat gestern angefangen ja als eben die europäische union glaube ich bei dieser konferenz und nach dem zusammentreffen gipfeltreffen beschlossen haben wo vorher deutschland eben auch dagegen war ja jetzt haben eben alle dafür gestimmt dass russland oder zumindest die größten banken glaube ich aus der swift ausgeschlossen werden ja und dass daraufhin ist direkt der rubel um 30 prozent noch mal nach unten gerutscht in einem rekordtief und ich habe lustigerweise gelesen dass in russland alles die leute natürlich alle versuchen von dieser automatischen geld maschinen geld abzuheben ja warum machen die das naja wenn man weiß dass der das der rubel der auf der bank liegt sag ich mal in einem halben jahr nur noch halb so viel wert ist oder in zwei monaten ja dann will man natürlich mit dem geld so viel wie möglich sag ich mal haltbaren güter kaufen ja um die später wieder zu verkaufen ja um das um den wert oder den kaufkraft zu erhalten ja da hat sogar jemand geschrieben zum ipad iphones und alles was eine marke und vor allem apple produkte er werden mittlerweile schon als hetz position angesehen das heißt die heben einfach das gesamte rubel rubel ab ja kaufst du 20 iphones wenn du die nicht öffnest erwartest im halben jahr verkauf sie hast vielleicht zehn prozent verlust wenn es so hoch kommt aber wenn du rubel hältst sie wahrscheinlich sehr gut dass du nach einem halben jahr nur noch halb oder 30 prozent davon an kaufkraft hast ja und apple produkte als hetz ja das muss man sich auch vorstellen ist keine schöne sache er insgesamt ich meine das ist generell krieger krieg betrifft also ich meine die die am meisten leiden ist immer die bevölkerung hat die ganz unten sind und die eigentlich damit überhaupt nichts zu tun haben ja auch das gar nicht wollen krieg ist einfach gleich mal theater oder oder rangleien zwischen politiker zwischen politiker zwischen die köpfe der nation die angeblich ne natürlich die die völker bevölkerung vertreten sollten ja was sie aber in der regel nicht tun und ja damit die leidenden sind natürlich die ganz unten wir haben kpmg ja die sind also nicht nur kpmg auch die leute die eine der top vier ich habe die leute kpmg und da ist noch einer das sind die top vier accounting firmen weltweit ja und die haben jetzt gesagt ja das ist eine das ist definitiv investment wert und wir wollen natürlich auch zeigen dass wir progressiv sind da und haben sich für 70.000 25 zwar ist hier ein woman gekauft der einen aus der kollektion word of woman ich hatte letzten ich weiß gar nicht ob ich das in eine folge oder so drüber das war letztes jahr als es gerade rausgekommen ist ja da habe ich noch gesagt ja das ist halt wieder so eine kollektion was mainstream oder diese diese ja narrative was gepusht wird entspricht und hat nicht wirklich großartig zukunft aber da seht ihr ich auch ich kann mich sehr gut täuschen ja und mittlerweile ist das eine der top kollektion ja ich meine hätte ich damals gekauft das war unter ein ethereum ja zu dem zeitpunkt ja das ist so wie dieser isa rocks ja da habe ich erzählt immer die geschichte lustigerweise meinen bekannten und freunde wenn ich die treffe also guckt euch mal die ersten folgen aus meinem kanal an da habe ich selbst noch belächelt da wie der isa rock keine ahnung ein ethereum kostet ja und eine woche später war der bei 10 ethereum ja und ja so ist das kommen wir zum nächsten punkt wir haben hack wie sie launcht einen crypto fun ja und der ist gebackt von den größten investoren andrew horowitz ja ich glaube ac 16 oder so heißt der sequoia capital das sind alles namhafte wie sie ja und die haben zusammen 200 millionen zusammen gepult ja für die firma hack wie sie was machen die brauche ich gar nicht mehr zu erzählen kann jeder erraten alles was die frei ist die die frei nfts da aus tools und play to earn metaverse ja dass die typische breite palette es gibt eine schöne seite ich habe die jetzt gerade nicht auf werde ich euch unten verlinken ja da kann man tatsächlich sehen aktuelle funding runde ja wie viel gesammelt worden sind wer die beteiligten geldgeber sind also die vcs und und so weiter er ist so eine schöne sehr aktuelle tabelle mit allen drin und wenn ihr tatsächlich zu sagen ja unsere unternehmen sind auch in dem bereich tätig also würde ich tatsächlich mal bei bei so vielen fans oder eine funding was es da gibt für mich mal ein bisschen umschauen ja wo ob man da irgendwo paar millionen also als fans abkriegen könnte so wir haben donations ja gestern glaube ich war es ja mal vier millionen wo ich drüber berichtet habe sonntag genau das war von samstag und sonntag nacht habe ich die folge gemacht und mittlerweile sind schon 30 millionen ja die dort gespendet worden sind und das zeigt auch dass wir hier eine ganz andere zyklus sind als in der historie ja und das kryptos an der stelle tatsächlich eine ganz neue use case bekommt ja im vergleich zu bisher ja bisher weshalb nur spekulation zocken und sowas angesehen und hier sieht man gerade bei sowas ja wo es schnell sein muss muss direkt auf dem punkt sein sollte wo es transparent sein sollte und eben auch sichtbar ja für alle ist eben crypto an der stelle die möglichkeit schlechthin ja das alles so transparent so schnell so nachverfolgbar zu machen ja ich drücke auf jeden fall allen die daumen die können es definitiv gebrauchen und vor allem dass der krieg möglichst schnell vorbei geht und möglichst ruhig und eine letzte nachricht und zwar geht die geht es um die die SEC ja die SEC die hat auch diese natürlich diese regulatorien ja wo auch größere unternehmen regelmäßig ich glaube quartalsweise oder so oder halbjährig berichten müssen was die natürlich auch ihren sheets haben ja und so weiter und im abschnitt 13f da geht es halt um deren crypto haltung oder der was die halten und man muss bedenken alle die da verpflichtet sind zu berichten sind natürlich investoren beziehungsweise funds funds eben manager investment management unternehmen oder kreise die über 100 millionen an an assets managen das heißt da sind keine kleine fische drin ja und bei diesen großen fischen die es da unterwegs sind ist die anzahl von letzten quartals 60 ja auf dies auch jetzt 160 angestiegen ja also um mehr als das zweifache innerhalb von einem quartal ja und das ist auch ein typisches zeichen für die adoption die gerade stattfindet und adoption die gerade stattfindet von crypto ja denn solche großen die werden dann nicht mit 100 dollar reingehen ja ins crypto also wenn die da rein investieren dann auch schon ordentlich bei 100 millionen wir natürlich ein prozent eine million muss man bedenken und ja das ist auf jeden fall eine gute nachricht und wir werden sehen wohin die reise geht ja meine vermutung ist immer noch diese ganzen gequatsche ja also auch in europa mögliche proof of work bann und so weiter da wird nichts kommen ja meine meinung nach einfach und genauso wie usa was kommen wird sind natürlich strengere regulatorien die die noch noch mehr sag ich mal hörten darstellen für den kleinen anleger aber nicht für den großen anleger ja und wir werden sehen das war's von mir kurz und knapp aus dem crypto kv heute gibt mir daumen hoch daumen runter kommentiert oder abonniert am besten alles zusammen und wir sehen uns dann